Herzlich Willkommen auf www.produktkenner.de. Ich möchte dir kurz erklären, was wir hier genau machen oder was diese Seite für dich bedeuten kann. Diese Seite haben wir ins Leben gerufen, um einfach den Leuten da draußen Erfahrungsberichte bieten zu können, bei denen sie einfach sehen, ob das Produkt, die Dienstleistung oder was auch immer das Geld wirklich wert ist. Wir haben eine riesige Community aufgebaut, bei der du dich auch anmelden kannst und deine Erfahrungen über Produkte, Dienstleistungen und sonstiges schildern kannst. Wenn du also einen Bericht verfasst hast, dann kannst du dort auch deinen Affiliate-Link platzieren und über diesen Affiliate-Link so ganz gemütlich von zu Hause aus dir ein wenig Geld dazu verdienen. Umso fleißiger du bist, umso häufiger dein Bericht geklickt wird, umso mehr Einkäufe erzielst du über deinen Affiliate-Link und kannst dir so ein sehr ansehnliches Einkommen aufbauen mit der Zeit. Also, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne den Menschen erzählen, wie meine Punkterfahrungen sind und ich möchte ein wenig Geld dazu verdienen, dann registriere dich jetzt hier oben für unsere Community und werde Teil von www.produktkenner.de. www.produkt.de.de.de.de.de.